Rudi arbeitet im Außendienst und hat heute schon 10 Absagen bei der telefonischen Kaltakquise bekommen. Rudi hat keine Motivation mehr und würde sich lieber nur auf seine Kundenbetreuung konzentrieren. Jetzt hat Rudi selbst beim Kundentermin schlechte Laune. Arme Rudi! Also, was kann Rudi tun? Ganz einfach! Recall nutzen! Recall vereinbart für Rudi Termine mit potenziellen Neukunden. Und das Beste daran? Rudis Firma investiert ausschließlich in fest vereinbarte Termine. Sei schlau wie Rudi! Nutzt Recall!